Ich bin Marka Mechel, einer der drei Geschäftsführer. Wir sind das Unternehmen Frische. Unternehmen Frische besteht aus über 100 Mitarbeitern. Wir sind seit über 28 Jahren am Markt und dürfen die norddeutsche Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung beliefern. Im Obst- und Gemüsebereich und mit anderen Frischeartikeln. Unser Unternehmen steht für Qualität, für Frische, für hervorragende Dienstleistungen. Sechs Tage, 24 Stunden, rund um die Uhr. Elektromobilität ist genauso nachhaltig, wie wir arbeiten und es spiegelt unsere Philosophie wieder. Was mir auch besonders gut gefällt, ist natürlich, wenn ich bei den Kunden auf den Hof fahre und die wirklich gar nichts hören. Und denken, da kommt ein UFO angeflogen. Das ist wirklich ein witziges Gefühl. Regionalität ist gleichzusetzen mit Frische, mit Qualität, mit kurzen Wegen, mit Schonung von Umweltressourcen. Mein Name ist Mürkel Sievert. Ich bin hier im Unternehmen für den Fuhrpark zuständig. Steckdosen haben wir alle zehn Meter ein. Eine Tankstelle muss ich mir suchen und nochmal hinfahren. Das habe ich hier nicht. Auf dem Hof kommen Autos an die Steckdose, fertig bin ich. Ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin. Es ist ein sehr schönes Fahrgefühl. Vor allem die Lautstärke, man hört wirklich gar nichts. Und die gleichmäßige Beschleunigung ist dazu auch nochmal was ganz Besonderes. Wenn man einen Staubsauger bedienen kann, kann man auch so ein Elektroauto aufladen. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist der Eco-Mode und B-Mode. Weil das einfach eine tolle Sache ist und ich glaube, ich meine Reichweite erweitern kann und somit auch meinen Horizont. Die Benzinkosten sind natürlich auch nicht zu unterschätzen, denke ich. Wenn ich mit einem Transporter 15 Liter brauche auf 100 Kilometer, der Liter liegt bei 1,50 Euro. Das Elektromobil fährt 100 Kilometer für 3 Euro. Das ist natürlich nicht ganz unerheblich. Ich habe sehr viel zu tun, gerade wenn ich am Ausliefern bin. Ich nutze meine Hände logischerweise, um auch die Kisten anzuheben. Ich lasse den Schlüssel einfach in meiner Tasche, drücke auf den Start-Knopf und kann starten. Wir glauben, dass wir damit ein Zeichen setzen und viele Nachahmer finden werden, die dieses Thema für sich in Anspruch nehmen und auch nachhaltig mobil sind. Schönes Auto auf jeden Fall. Ich lasse das Stand und automatisch machen.